Hi, was geht's? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit der nächsten Spieltagsvorschau. Diese Woche geht's los mit den Bi-Weeks. Deswegen war natürlich das, was ich im Spieltagsrückblick gesagt habe, kompletter Stuss. Ein paar von euch haben mich darauf hingewiesen. Ich kann gar nicht 12-4 sein, weil wir nicht genug Spiele dafür haben. Wir haben zwei Spiele weniger, weil die Falcons, die Saints, die Jets und die 49ers alle diese Woche eine Bi-Week haben. Ansonsten haben wir wieder zwei Must-Watch-Games dabei für den frühen und späten Slot am Sonntag. Wir haben wieder ein London-Spiel dabei und wir haben natürlich auch einen Lock der Woche, wo ich Geld theoretisch spenden müsste. Und zwar alles Geld, was dieses Video hier einnimmt, falls ich mich in dem Spiel vertippe. Deswegen bleibt am Start. Nachher gibt's höchstwahrscheinlich das Video, wo ich alles erkläre zur Bewerbung, zur Community-Franchise. Das heißt, falls ihr Bock drauf habt, guckt euch das Video nachher an. Wie gesagt, es kommt höchstwahrscheinlich nachher. Ganz eventuell kommt es erst morgen. Aber ich habe jetzt meine Admins am Start. Wir haben den Server eingerichtet. Wir haben die Liga erstellt. Heißt, das Bewerbungsverfahren kann eröffnet werden. Und wie gesagt, es wird auch relativ kurz sein dieses Jahr. 24 bis 48 Stunden. Also, ey. Übrigens, wenn ihr neu seid, abonniert, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir versuchen bis Ende des Jahres auf 20.000 Abonnenten zu kommen. Und momentan die Prognosen sagen, es wird knapp. Also gebt dem Kanal eine Chance. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr einfach wieder de-abonnieren nach ein paar Tagen. Danke. Okay, wir fangen mit dem Spiel heute Nacht an. Wir haben die Buccaneers bei den Eagles. Buccaneers sind Favoriten, stehen 4-1. Eagles stehen 2-3. Haben jetzt aber zuletzt gegen die Panthers gewonnen. In einem defensiv geprägten Spiel. Und ich befürchte, dass dieses Spiel nicht wirklich defensiv geprägt sein kann. Das Positive für die Eagles ist, dass man sich eventuell ein, zwei Sachen abgucken kann, was die Patriots gemacht haben gegen die Buccaneers. Und das versuchen kann, so umzuformen, dass es mit dem eigenen Team funktioniert gegen Tom Brady. Allerdings hätten das die Dolphins auch machen können, haben sie nicht. Und das wird Gründe haben. Entweder man geht davon aus, okay, Brady hat das jetzt gesehen und wird beim nächsten Mal besser darauf vorbereitet sein, was die Patriots jemandem in den Kopf geschmissen haben. Oder es ist einfach mit dem eigenen Roster nicht umsetzbar. Aufgrund von Scheme, aufgrund von Personnel, was auch immer. Könnten die Eagles auf jeden Fall machen. Auch wenn die Eagles traditionell eher ein Team sind oder ein Team ist. Nee, die Eagles sind ein Team. Ihr wisst, was ich meine. Die spielen auf jeden Fall normalerweise ihren Stiefel durch. Die spielen ihre Defense, egal was der Gegner bringt. Die lassen sich davon nicht abbringen und richten sich quasi nicht nach dem Gegner, sondern sagen, wir spielen das, was wir gut können. Und hoffen dann, dass wir damit besser sind, als das, was der Gegner gut macht, sozusagen. Aber ja, viel um Heißbrei rumgeredet. Ich glaube nicht, dass er irgendeinen Weg an den Buccaneers vorbeiführen wird. Gerade im Primetime Tom Brady gegen Jane Hurts, muss ich sagen Tom Brady. So, wir haben das Sonntagsspiel. Das Sonntagsspiel. Das eine Spiel am Sonntag. Wir haben das London-Spiel, wollte ich natürlich sagen. Wir haben die Dolphins bei den Jaguars. Gegen die Jaguars in London, was auch immer. Jaguars stehen 0-5, Dolphins sind 1-4. Dolphins zuletzt nicht wirklich fatal ausgesehen, aber die ganzen Spiele halt verloren. Die Jaguars sahen eigentlich auch immer ganz gut aus in ihren Spielen. Zumindest zuletzt Trevor Lawrence ist definitiv auf dem Weg nach oben und die haben ihre Spiele auch verloren. Allerdings haben die Dolphins schon 1 gewonnen, die Jaguars nicht. Vom Rostel muss ich sagen, sind die Jaguars auch immer noch ein Ticken weiter hinter. Aber es ist erstens London. Jaguars, London, besondere Verbindung, dies, das, jenes. Vielleicht ist da der Bonus ein bisschen größer, als man denkt. Gar nicht mal unbedingt von Fans, sondern einfach vom Ganzen nach London fliegen und in London sein und so. Weil der Owner da ja immer die Finger im Spiel hat. Hier Khan. Deswegen, Moment mal, heißt der Bürgermeister von London nicht auch Khan? Das ist ja witzig. Egal. Auf jeden Fall kann es sein, dass die Jaguars da einen kleinen Vorteil haben. Und generell, diese Reisespiele sind immer ein Ticken anders, weil beide Teams letztendlich aus dem Rhythmus gerissen werden und so weiter und so fort. Ich tippe tatsächlich auf die Jaguars. Ist ein kleiner Risikopick, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt die Woche ist, wo die Jaguars das erste Mal gewinnen. Wo ich das jetzt gesagt habe, kriegen die bestimmt eine dicke Klatsche von den Dolphins. Aber ja, vergesst nicht, dass es früher ist am Sonntag. Also für die Langschläfer unter euch oder unter uns eher, vielleicht muss man sich dann Wecker stellen für das Spiel. Nächstes Spiel, ihr seht es in Rot, das ist mein Log der Woche. Die höchste Quote hat das nächste Spiel, also die Rams gegen die Giants. Da sind die Rams, oder generell die Rams sind die größten Favoriten am gesamten Spieltag, obwohl sie ein Auswärtsteam sind. Natürlich auch verletzungsbedingt, aber da reden wir gleich drüber. Das Spiel hat, glaube ich, die zweite oder dritthöchste Quote und die geht natürlich auf die Chiefs. Also die Chiefs sind hier Favoriten im Spiel und ich setze auch auf die Chiefs. Das Football-Team, letzte Woche offensiv vermutlich das schwächste Spiel der Saison gehabt, kann man das so sagen. Vergesse ich da gerade irgendwas? Football-Team-Fans, lasst mich wissen. Gott, Football-Team-Fans klingt so dumm, aber egal. Und die Chiefs haben wieder verloren. Chiefs sind 2-3, quasi genau der gleiche Rekord wie das Washington-Football-Team. Aber das ist jetzt halt die Woche, um wirklich mal was reißen zu können. Wie gesagt, die Offense auf der anderen Seite kommt nicht so gut daher, wie vielleicht die ein oder andere Offense vorher. Jetzt zuletzt natürlich Bills. Deswegen hat die Defense da die Gelegenheit, mal ein bisschen wieder auf die richtige Spur zu kommen. Wird schwer sein, weil sie momentan auf der komplett falschen Spur sind. Die sind nicht nur auf der falschen Spur, die sind auf der falschen Seite von der Autobahn und fahren in die andere Richtung. Und müssen irgendwie halt gucken, wie sie da rumrangieren können oder über diese kleine Absperrung da rüber springen können. Ihr merkt, wie ich Bilder mit Worten male. Ich bin unglaublich. Ja, die Offense wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Ich erwarte auch eigentlich einen relativ großen Tag von Travis Kelsey. Mal gucken, ob Hill vielleicht ein Breakout-Game hat. Aber die waren beide in letzter Zeit so still, die müssen mehr eingebunden werden. Zu Not mit Sachen, die man schlecht verteidigen kann. Mit kleinen Bubble-Screens oder einen Tight-Down-Slip-Screen kann man da ja auch immer mit reinbringen. Oder einen Tunnel-Screen, was auch immer. Und ein Tunnel-Screen für einen Tight-Down vielleicht ein bisschen schwer ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht sowas. Auf jeden Fall setze ich auf die Chiefs. Nächstes Spiel, Rams gegen die Giants. Und die beiden Teams, die jeweils noch ein anderes Team in der Stadt haben. Witzig. Aber die Giants sahen nicht gut aus, was natürlich mit Verletzungen zu tun hat. Gerade offensiv. Ich glaube, auch das wird ein Tag sein, wo die Rams-Defense mal wieder richtig gut aussehen kann. Es sei denn, Kadarius Toney und John Ross zerreißen die komplett in der Luft. Was interessanterweise auch möglich wäre. Dann ist halt nur die Frage, kann die O-Line von den Giants, die jetzt auch angeschlagen ist. Kann die Defensive Front von den Rams lange genug aufhalten. Damit die Würfe überhaupt funktionieren können. Ansonsten ist gerade ein Kadarius Toney natürlich auch immer für was nach dem Catch gut. Also ich gehe davon aus, dass der Gameplan von den Giants sehr, sehr viel an der Line of Scrimmage zu halten. Kurze Pässe, Screens. Vielleicht ein Draw hier und da. In einer theoretischen nicht unbedingt Draw-Situation. Viele Läufe. Aber ich glaube, insgesamt ist das Talent bei den Rams einfach zu stark oder ist zu viel, zu ausgeprägt für die Giants. Gerade mit dem momentan sehr eingeschränkten Roster durch die ganzen Verletzungen. Deswegen sage ich, Rams gewinnen. Ist aber auf jeden Fall ein Trap-Game. Und ich glaube, sowohl Stafford als auch McVay und die Rams insgesamt sind anfällig für ein kleines Trap-Game. Schwer zu sagen über Stafford, weil er halt selten in Trap-Games war in Detroit. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie eventuell wackeln. Frage ist, ob sie sich dann fangen oder ob sie bis zum Schluss wackeln und eventuell sogar verlieren. Für alle, die nicht wissen, was ein Trap-Game ist. Das sagt man zu so spielen, wenn jemand als großer Favorit hinkommt. Wo du denkst, das haben wir sowieso schon gewonnen. Dass es dann im Kopf ein bisschen zu einfach ist. Und dass man sich quasi zu sehr hängen lässt. Dass man nicht konzentriert ist. Den Gegner nicht ernst genug nimmt. Und dass man deswegen dann verliert. Ja, also das ist ein Trap-Game für mich. Nächstes Spiel, wir haben zwei 1-4-Teams. Das sind einmal die Texans und dann die Colts. Natürlich auch noch ein Divisional-Game. Bei den Texans habe ich noch nichts davon gehört, dass Tara Taylor wiederkommt. Das ist immer ein bisschen schwer, wenn ich meine Spieltagsvorschau mache, bevor die tatsächlichen Injury-Reports rausgehen. Das ist ja bei uns mal Freitagabend eigentlich. Aber, ups, seit wann gibt es noch Mücken? So kalt. Egal. Auf jeden Fall ist Tara Taylor ziemlich sicher nicht in dem Spiel drin. Heißt, ich tippe auf die Colts. So einfach ist es. Colts sahen die ersten zwei Viertel mindestens vielleicht ein Ticken mehr gegen die Ravens sogar echt gut aus. Hat am Ende nicht gereicht. Aber ich denke, der Colts-Roster ist auch definitiv besser. Die sollten eigentlich hundertprozentig nicht 1-4 sein. Am Ende ist es egal. Am Ende sind sie 1-4. Aber die Texans haben dieses Jahr auch gezeigt, dass sie in vielen Spielen drin bleiben, wo sie eigentlich nicht drin sein sollten. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es spannender wird, als man denkt. Gerade wenn Davis Mills nochmal so einen Tag hat wie gegen die Patriots. Bengals gegen Lions. Bengals sind 3-2. Lions sind 0-5. Bengals haben sich zuletzt sehr gut geschlagen gegen die Packers. Die Lions haben sich gut geschlagen gegen die Vikings. Sind jetzt aber nochmal ein Ticken Verletzungsgeschwächter. Mal gucken, wer jetzt wirklich ausfallen wird am Wochenende. Ganz eventuell kommt Taylor Decker wieder. Unser theoretischer richtiger Left-Tackle. Dann würde Penny Sewell wieder auf die andere Seite gehen, höchstwahrscheinlich. Aber ja, Goff sah auch absolut nicht gut aus gegen die Vikings. Und ich glaube, das ist wirklich ein Qualitätsunterschied. Noch dazu, ich sage es immer wieder, die Secondary von den Lions sehr schwer. Tracy Walker, der vielleicht dem einen oder anderen Begriff ist, ist unser Strong Safety. Der spielt gut dieses Jahr. Der hat auch, glaube ich, die zweitbeste Safety-Note von PFF bisher. Aber alle anderen sind es halt echt nicht. Beziehungsweise AJ Parker, das ist ein Slot-Corner undrafted für Agent Rookie. Der ist gut. Aber ansonsten haben wir halt unsere Top-3-Outside-Corner nicht. Und man merkt es. Und unser Starting-Free-Safety Will Harris aus Boston College, der ist es halt auch nicht. Der war es auch noch nie. Ich habe ein bisschen gehofft, dass es an Patricia lag und dass er dieses Jahr besser spielt. Aber nein. Deswegen denke ich, die Bengals Pass Offense, wo ja sehr gute Receiver drin sind. Und dann natürlich Joe Burrow wird einen absoluten Field Day haben. Ich sage es seit Wochen, wenn die Bengals gegen jemanden spielen, der keinen wirklich krassen Pass Rush hat, dann haben sie eine sehr starke Offense. Oder einfach gegen ein Team, was keinen guten Pass Rush hat. Der muss jetzt nicht unbedingt krass sein. Lions durchschnittlichen Pass Rush, würde ich sagen, mehr nicht. Auf der anderen Seite wird es auf die Rushing-Defense ankommen der Bengals. Und ja, ich glaube am Ende, das Duell wird definitiv entschieden auf der Seite Bengals Offense gegen Lions Defense. Weil ich sage, dass der Qualitätsunterschied noch mal größer ist auf der anderen Seite. Aber ja, Bengals gewinnen. Green Bay Packers 4-1 gegen die 3-2 Bears. Keiner weiß wirklich, wie die auf 3-2 gekommen sind. Aber gut. Ich habe nach wie vor Hoffnung. Langsam stirbt die Hoffnung ein bisschen. Aber ich habe nach wie vor Hoffnung, dass das Playcalling besser wird für Justin Fields. Oder mehr auf ihn zugeschnitten wird langsam. Die Packers haben gerade ein knappes Spiel überlebt gegen die Bengals. Auch da habe ich viele Packers-Fans, die gesagt haben, bei uns fehlen so viele Leute. Ich muss sagen, gar nicht mal unbedingt. Es gibt sehr, sehr viele Teams, wo mehrere Leute oder wo mehr Leute fehlen. Aber es fehlen ein paar Spieler bei den Packers. Auf der anderen Seite die Bears, größtenteils verletzungsverschont geblieben bisher. Zumindest auf den Key Positions. Ich denke, die Packers Offense wird aber eine Möglichkeit oder nicht eine Möglichkeit haben, wird einen Weg finden, um die Bears' Defense zu knacken. Und auf der anderen Seite müssten die Bears vermutlich auf ein sehr, sehr starkes Rushing-Game bauen. Und das ist durchaus möglich gegen die Packers. Insgesamt sage ich trotzdem, Aaron Rodgers verliert nicht gegen die Bears mit einem Rookie-Quarterback. Gerade gegen die Bears mit einem Rookie-Quarterback, für den nicht wirklich gut gecallt wird. Deswegen sage ich, Packers gewinnt. So, mein Must-Watch-Game der frühen Spiele. Wir haben die Chargers bei den Ravens. Beide Teams sind 4-1. Und beide Teams sind vermutlich so im Rennen dabei um das Nummer-2-Team in der AFC, wie es aussieht momentan. Ich würde mal sagen, die Bills sind schon relativ klar das Nummer-1-Team in der AFC zurzeit. Die haben ja auch ganz viele auf Nummer-1 im Power-Ranking insgesamt. Und die Chargers sahen zuletzt sehr überzeugend aus. Gegen die Chiefs zum Beispiel. Gegen die Ravens. Und ja, jetzt auch gegen die Browns. Und gegen die Ravens. Oh, ich meinte, Raiders, tut mir leid. Und die Ravens, da bin ich jetzt im nächsten Satz, haben ein paar Zitter-Spiele gewonnen dieses Jahr. Jetzt das letzte gegen die Colts zum Beispiel. Gegen die Lions. Also, ja. Ich denke, die sind mehr auf und ab. Die Chargers. Ich bin immer noch genau gegen die Chargers zu tippen. Aufgrund der letzten Jahre, die ich noch im Kopf habe. Weil ich dann mal denke, okay, die Chargers haben gerade in knappen Spielen ja immer irgendwo Pech und verlieren das Spiel noch. Aber jetzt hat es ganz gut geklappt dieses Jahr. Und ich denke, die Chargers sind momentan einfach das bessere Team. Und ich glaube, wenn alle mal sagen, oh, die Ravens. Ich habe auch ein paar Leute gesehen, die gesagt haben, ich hätte die Ravens höher haben müssen im Power-Ranking. Weil die so krass gewonnen haben gegen die Colts. Aber überlegt mal am Ende. Wenn die mit ein ganz entspanntes Spiel im zweiten Viertel mit zehn Punkten in Führung gegangen wären. Und dann die ganze Zeit das gehalten hätten. Das wäre ein überzeugenderer Sieg gewesen als so. Denn ja, am Ende ist es ein geiles Comeback. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass die überhaupt erst mal so weit zurückfallen mussten, um das Comeback möglich zu machen. Also es war jetzt kein wirklich überzeugendes Spiel von den Ravens, von vorne bis hinten. Auch wenn die Stats am Ende zum Beispiel von einem Lamar Jackson super gut aussehen. Deswegen, ja, Chargers haben mich mehr überzeugt die letzten Wochen. Ich tippe auf die Chargers. Nächstes Spiel, wir haben Vikings gegen Panthers. Und das ist auch interessant, weil es so Teams sind, die ich momentan am Rande vom Playoff-Rennen sehe. Vielleicht kommt das eine rein und das andere so knapp nicht. Das sind jetzt aber beides keine Teams, wo ich sage, oh mein Gott, Alter. Das ist eine absolute Macht in der NFC. Am Ende stehen halt auch die Vikings 2-3, die Panthers 3-2. Ihr seht, das sind beides so um die 500er-Teams. Beziehungsweise, wenn die Vikings das Spiel gewinnen, dann sind sie beide danach exakt 500er-Teams. 500er übrigens hat mich auch letztens jemand gefragt. Das ist eine ganz komische Art eigentlich anzugeben, wie man steht sozusagen. Wenn du jedes Spiel gewinnst, dann hast du theoretisch 1,0. Und dadurch, dass du die Kommastellen immer als Hunderter-Zahlen lesen, wärst du dann quasi auf 1000. Wenn du die Hälfte deiner Spiele gewinnst, dann bist du bei 0,5-Quote. Und dadurch, dass da hinten noch die zwei Nullen drankommen, weil sie immer drei Stellen nach dem Komma angeben, bist du quasi 500. Wenn du ein Viertel deiner Spiele gewinnst, bist du bei 0,25-Null. Das heißt, du bist bei 250. Also ja, das ist ein 500er-Team. Das ist eins, was genau die Hälfte der Spiele gewinnt und die Hälfte der Spiele verliert. Da sind beide gerade ungefähr dran. Theoretisch, wenn ich mir nur den Roster angucke, egal ob Devin Cook spielt oder nicht, egal ob CMC spielt oder nicht, würde ich sagen, okay, die Vikings haben den besseren Roster. Die Panthers haben mich aber, obwohl sie die letzten beiden Spiele verloren haben, über die Saison mehr überzeugt. Deswegen tippe ich am Ende auf die Panthers, denn was die Vikings letzte Woche gegen die Lions gemacht haben, war wirklich wieder nicht sehr gut. Panthers gewinnen, ein knappes, vermutlich defensiv geprägtes Spiel. Nächstes Spiel ist mein Must-Watch-Game der späten Spiele und es fängt, glaube ich, schon kurz nach 10 an. Also da sind die anderen Spiele gerade am Auslaufen meistens noch oder zumindest ein paar davon. Also haltet das im Auge. Falls ihr das Spiel von Anfang an gucken wollt, dann dürft ihr nicht darauf warten, dass die anderen Spiele auslaufen, weil es meistens sich ein bisschen überschneidet. So, wir haben die Cardinals bei den Browns. Cardinals sind 5-0, Browns sind 3-2. Trotzdem denke ich, dass es ein Spiel absolut auf Augenhöhe sein wird, gerade wenn die Browns-Defense sich wieder ein bisschen fängt, wenn nicht so überrannt wird wie gegen die Chargers. Ich bin mir sicher, die Cardinals werden sich angucken, was die Chargers gemacht haben. Ich bin mir aber auch sicher, die Browns werden sich ihre eigene Defense angucken und sehen, ups, wenn das nochmal passiert, was können wir anders machen. Denn jetzt haben sie halt ein bisschen mehr Zeit, als nur während des Spiels zu gucken, was sie ändern können, sondern hatten die Woche dazwischen auch noch Zeit. So, ich mag eigentlich, wie die Cardinals spielen. Aber ich habe jetzt inzwischen schon so ein paar pessimistische Cardinals-Fans gesehen, die gesagt haben, ja gut, wir sind halt 5-0, wir sind das einzige ungeschlagene Team, aber ein paar von den Siegen waren echt nicht so überzeugend. Gehe ich absolut mit, aber ich bleibe auch nach wie vor dabei. Ein Qualitätsmerkmal von guten Teams ist, dass sie selbst die schlechten Spiele trotzdem noch irgendwie gewinnen. So, klar, wenn eins der schlechten Spiele der Cardinals gegen die Rams zum Beispiel gekommen wäre, hätte man das vermutlich nicht gewonnen. Statt wenn eins der schlechten Spiele gegen die 49ers oder gegen die Vikings kommt, da kann man dann halt noch gewinnen. Aber juckt nicht, am Ende sind sie 5-0. Das heißt, selbst wenn sie jetzt 50-50 gehen mit den restlichen Spielen, vermutlich Playoffs ziemlich sicher drin. Und die Browns sind 3-2, haben halt zwei Spiele verloren, die beide sehr, sehr knapp waren. Das heißt, die Browns sind knapp davon weg, 5-0 zu sein, die Cardinals sind knapp davon weg, 3-2 zu sein zum Beispiel. Deswegen denke ich, die Rackets gerade so früh in der Saison sind nicht immer so aussagekräftig, wie man vielleicht denkt. Ich tippe auf die Browns, weil ich davon ausgehe, dass die Cardinals das Running Game der Browns nicht oder zumindest nicht konstant unter Kontrolle haben werden. Und dann sage ich, die Browns gewinnen das Spiel. Okay, Raid Asset Broncos, das wird ein super interessantes Spiel, denn ich habe gestern schon darüber geredet im Power Ranking. Ich gehe davon aus, dass Derek Carr jetzt mehr Aussage hat über die Offense, mehr entscheiden kann, okay, was für einen Play kommen wir in der Situation. Mehr generell Freiheit haben wird, an der Line of Scrimmage sich noch zu entscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr ab Tempo gehen, weil dieser ganze Prozess dadurch ein bisschen abgekürzt wurde. Broncos auf der anderen Seite das Spiel verloren. Ich weiß nach wie vor nicht, ob ich wirklich so ein riesengroßer Teddy Bridgewater-Fan bin, aber die Defense steht halt richtig gut. Das sind beides drei Zwei-Teams, die vermutlich auch so um die 500 sich bewegen werden am Ende der Saison, sage ich mal. Könnt ihr mir auch gut vorstellen, dass eins davon in die Playoffs kommt, das andere nicht. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass beide nicht in die Playoffs kommen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, die Broncos brauchen offensiv wieder ein paar mehr Big Plays, würde ich sagen, dann gewinnen sie das Spiel. Die Raiders müssen Darren Waller reinbekommen. Wenn Darren Waller von der Broncos-Defense rausgenommen wird, sehe ich keine wirkliche Chance für die Raiders zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das Spiel aussieht jetzt mit Derek Carr mit mehr Meinungsfreiheit, mit mehr Entscheidungsfreiheit, würde ich sagen. Am Ende war ich wirklich so, okay, das ist ein Cointoss für mich, das ist eine 50-50-Sache. Ich könnte auf beide tippen oder ich könnte auf jeden davon tippen und wäre nicht ganz zufrieden damit. Habe mich dann letztendlich für das Heimteam entschieden und gesagt, die Broncos gewinnen. Nächstes Spiel, Cowboys gegen Patriots. Es hätte deutlich spannender sein können, wenn die Patriots dieses Jahr nicht so durchschnittlich aussehen würden, beziehungsweise unterdurchschnittlich. Die Cowboys haben einen super Lauf, spielen die ganze Saison schon sehr gut, gerade oder nicht gerade, aber auch in dem Spiel, was sie verloren haben. Gegen die Buccaneers haben sie gut gespielt, deswegen auch die könnten theoretisch 5-0 stehen und das sollte keinen wundern. Ich denke, die Cowboys gewinnen. Das Spannendere an dem Spiel wird sein, fängt Trevor und Diggs wieder eine Interception oder nicht. Und ich sage, die Interception-Streak bricht hier. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie versuchen, richtig zu Gameplanen für ihn, weil er momentan mit so viel Selbstvertrauen spielt, dass sie den mehrfach im Spiel double-moven. Und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Bin super gespannt drauf. Am Ende fängt er jetzt wieder zwei Picks in dem Spiel oder so. Aber ja, da bin ich gespannt drauf. Auch nach wie vor gespannt drauf zu sehen, wie Mac Jones sich schlägt. Bisher gefällt mir das gut, was er macht. Nicht extrem gut, aber gut. Und ja, ich tippe natürlich auf die Cowboys. Sonntagnacht haben wir die Seahawks bei den Steelers. Auch zwei Teams oder das Spiel, wenn man das nur so hört. Und jetzt schon ein paar Jahre Football-Cook klingt richtig geil. Aber wir haben die Steelers, die 2-3 sind und auch verdient 2-3, muss ich sagen. Mit Big Ben, der nicht wirklich gut aussieht dieses Jahr. Auch wenn er jetzt im letzten Spiel wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat. Gucken, ob es temporär war oder jetzt langfristiger. Und auf der anderen Seite haben wir halt keinen Russell Wilson. Heißt, im Spiel wird es sehr drauf ankommen, wie Geno spielt. Geno Atkins, will ich ganz sagen, wie Geno Smith spielt. Geno Atkins wäre auch super witzig als Quarterback. Das müssen wir auch irgendwann mal probieren. Aber ja, ich denke, die Defense der Steelers wird zu viel sein für diese, ja, dann komplett neue letztendlich, weil der Quarterback fehlt, Seahawks Offense. Auf der anderen Seite mal gucken, wie die Seahawks mit dem Rushing Game der Steelers klarkommen. Das wird, glaube ich, spielentscheidend sein. Ich denke, Najee Harris hat einen dicken Tag. Ich denke, die Steelers Defense hat einen richtig dicken Tag. Und ich sage, die Steelers gewinnen. Und Montagnacht haben wir ein cooles Spiel. Wir haben die Bills bei den Titans. Das habe ich zuerst mitgekriegt, als ich glaube ein Zitat gepostet wurde von Mike Vrabel oder so. Wo er meinte, ja, das war der beste 5-Jahr-Lauf in der Geschichte der NFL. Und ein Bild dazu mit dem Stiffarm von Derrick Henry gegen Josh Norman, als er noch bei den Bills war. Aber gut, wir reden mal nicht darüber. Letztendlich ist auch egal, ob Derrick Henry ein dickes Spiel hat oder nicht. Die Bills sind momentan richtig am Rollen. Die Bills haben nach der ersten Niederlage gegen die Steelers nur noch fantastisch gespielt. Offensiv, defensiv auch große Schritte nach vorne gemacht. Und ich denke, es ist zu viel für die Titans. Ich denke, Josh Allen wird einen richtig dicken Tag durch die Luft haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Titans das gegen die Chiefs gesehen haben und gesagt haben, wenn er passt, wenn sie uns passend schlagen, ihr wisst das, ich meine, wenn sie uns durch die Luft schlagen, so ist es. Aber wir lassen Josh Allen definitiv diese ganzen Design-Quarterback-Läufe und Reeds und was weiß ich nicht. Wir lassen ihn nicht scramblen, wir behalten ihn in der Pocket. Kann ich mir vorstellen, dass es eine Priorität wäre. Es wäre nämlich definitiv eine von mir, falls ich jetzt in dieser Woche nur Defensive Coordinator von den Titans wäre. Aber ich glaube, wie gesagt, die Receiver von den Bills, beziehungsweise das Passing-Scheme von den Bills, gewinnt gegen die Defense von den Titans. Und deswegen sage ich, die Bills gewinnen das Spiel. Mal gucken, wie knapp es wird. Und die Chance für die Titans ist, Derrick Henry die ganze Zeit richtig drin zu haben im Spiel, von Anfang bis Ende mit irgendwie 30, 40 Carries. Aber ja, sehe ich nicht kommen. Alles klar, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft. Dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.